Nach der Verhaftung des katalanischen Rappers Pablo Hazel hat es in Spanien die zweite Nacht infolge schwere Ausschreitungen gegeben, diesmal aber nicht nur in Barcelona und anderen katalanischen Städten, sondern auch in der Hauptstadt Madrid. Demonstranten legten Brände, griffen Polizeibeamte an. Sie forderten Meinungsfreiheit sowie die Freilassung des linken Musikers, der sich für die Unabhängigkeit Kataloniens einsetzt. Mindestens neun Menschen wurden verletzt, mehr als 40 festgenommen. Pablo Hazel hatte den ins Exil geflüchteten spanischen König Juan Carlos als Mafia-Boss bezeichnet. Der spanischen Polizei wirft er Mord und Folter vor. Neun Monate lang soll er dafür ins Gefängnis. In Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania sind mindestens acht Menschen durch Schüsse aus dem Hinterhalt verletzt worden. Sie alle hielten sich in der Innenstadt an einer U-Bahn-Station auf, als plötzlich die Kugeln einschlugen. Ein 71 Jahre alter Mann ist in kritischem Zustand. Die jüngste Verletzte ist laut Polizei eine 17-Jährige. Beamte stellten zwei Schusswaffen sicher. Eine Person wurde festgenommen. Noch ist aber nicht klar, ob es sich um den Täter handelt. Ein heftiger Wintersturm ist über den US-Bundesstaat Texas hinweggefegt. 21 Menschen sind dabei bislang ums Leben gekommen. Wegen zerstörter Gas- und Stromleitungen sind derzeit 2,7 Millionen Haushalte ohne Heizung. Und auch die Tierwelt leidet. Wegen der in der Region ungewöhnlich niedrigen Temperaturen von bis zu minus 20 Grad haben Freiwillige rund 2.500 Wasserschildkröten in einem Kongresszentrum untergebracht. Meteorologen sollen die Temperaturen aber nächste Woche laut Meteorologen wieder steigen. Auf dann Orts- und Jahreszeit übliche plus 20 Grad. Nach der Eruption des Ätna auf Sizilien haben rund um den Vulkan die Aufräumarbeiten begonnen. Die umliegenden Ortschaften wie Pedara sind von einer dicken Schicht aus Asche- und Lavagesteinsbrocken bedeckt. Um den Staub nicht aufzuwirbeln gilt ein Fahrverbot für Mopeds und Motorräder. Autos dürfen nur noch Tempo 30 fahren. Der Ätna, der aktivste Vulkan Europas, war am Dienstag ausgebrochen. Asche- und Lavafontänen schossen hunderte Meter hoch aus dem Krater. Die Polizei hat am Morgen in Berlin und Brandenburg eine Großrazzia gegen den berüchtigten Remmo-Clan durchgeführt. Beteiligt waren auch Beamte der GSG 9 und mehrerer Spezialeinsatzkommandos. Insgesamt wurden mehr als 25 Geschäfte und Wohnungen gestürmt. Die Clan-Mitglieder sind offenbar in Drogengeschäfte verwickelt. Vier Haftbefehle sollen vollstreckt werden. Die Bande soll regelmäßig große Mengen Drogen in Lagerhallen nach Brandenburg gebracht, in Fässer umgelagert und dann nach Berlin transportiert haben. Nach der Explosion in der Lidl-Zentrale in Neckarsulm gehen die Ermittlungen heute weiter. Inzwischen ist klar, dass es sich um einen Anschlag mit einer Briefbombe gehandelt hat. Ein Lidl-Sprecher bestätigte, dass es zu einer Explosion gekommen war, als der Brief geöffnet wurde. Dabei wurden drei Mitarbeiter verletzt. Vor sechs Monaten soll es aus dem Umfeld des Unternehmens in Zusammenhang mit Personalkreelen Drohmails gegeben haben. Noch unklar ist aber, ob es einen Zusammenhang gibt mit einer Explosion bei den Wildwerken in Eppelheim. Dort war bereits am Dienstag ein Mitarbeiter bei der Detonation eines Paketes verletzt worden. In der Fabrik wird unter anderem das bei Kindern beliebte Getränk Capri-Sonne hergestellt. Weniger Geld für Bundestagsabgeordnete. Die Diäten der 709 Mitglieder des Bundestages müssen laut einem Zeitungsbericht zum 1. Juli erstmals gesenkt werden. Grund dafür sei der Konjunktureinbruch wegen der Corona-Krise im vergangenen Jahr, der zu sinkenden Löhnen führte. Das berichtet die Bild-Zeitung. Demnach fiel der Nominallohnindex in 2020 um 0,6 Prozent. Dementsprechend müssten die Diäten zur Jahresmitte um 60,50 Euro auf gut 10.000 Euro gesenkt werden. Nach dem massiven Corona-Ausbruch in einer Eisfabrik in Osnabrück hat das Gesundheitsamt mittlerweile für rund 1.000 Menschen Quarantäne angeordnet. Betroffen sind sowohl Mitarbeiter als auch deren Familienangehörige. Zuvor waren Hunderte erneut getestet worden. Heute sollen die Tests weitergehen. Bislang gibt es 210 bestätigte Infektionen. In drei Fällen wurde die britische Mutation B.1.1.7 festgestellt. Die Produktion in der Eisfabrik ruht mindestens noch bis zum 26. Februar. Schauen wir auf die aktuellen Corona-Zahlen. Das Robert-Koch-Institut meldet 10.207 Neuinfektionen. Das sind 30 weniger als vergangenen Donnerstag. Die 7-Tage-Inzidenz steigt im Vergleich zu gestern leicht auf jetzt 57,1. Das RKI meldet außerdem 534 Todesfälle. Insgesamt wurden laut Bundesgesundheitsministerium in Deutschland bislang 4.422.007 Impfdosen verabreicht. Nach rund sechs Monaten Flugzeit soll der US-Rover Perseverance, zu deutsch Durchhaltevermögen, heute Abend gegen kurz nach halb zehn auf dem Mars landen. Der Roboter hat die Größe eines Kleinwagens und soll mit einem riskanten Manöver im Jezero-Krater aufsetzen. Der Rover ist mit Kameras, wissenschaftlichen Instrumenten und einem Laser ausgestattet und soll so mehrere Jahre lang nach Spuren früheren mikrobiellen Lebenssuchen, sowie das Klima und die Geologie des roten Planeten erforschen. Über seltene Nachwuchs freut man sich derzeit im Berliner Zoo. Zum ersten Mal seit 16 Jahren wurde in der Hauptstadt wieder ein kleiner Gorilla geboren. Dem Baby und der 24-jährigen Mutter Bibi gehe es gut. Weil sich weder Pfleger noch Ärzte dem Nachwuchs nähern können, sind Gewicht und Geschlecht des Kleinen noch unbekannt. Und auch Besucher können das Kennenlernen nicht stören. Wegen der Corona-Pandemie ist das Tierhaus zurzeit ohnehin geschlossen. Eine Meldung noch vom Fußball. In der Champions League hat Borussia Dortmund das Achtelfinal-Hinspiel beim FC Sevilla mit 3 zu 2 gewonnen. Die Tore für Dortmund schossen Dahoud und Haaland. Der Norweger war gleich zweimal erfolgreich. Das Rückspiel findet übrigens am 9. März zu Hause im eigenen Stadion statt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017